Ich habe das Versprechen nicht vergessen, dass ich Vegeta kurz vor seinem Tod gegeben habe. Ich werde eine 20-fache Kajuken versuchen, auch wenn das mein Ende sein sollte. Das verstehe ich nicht. Das war das erste Mal, dass ich mich von einem Saiyajin bedroht gefühlt habe. Aber ich bin noch nicht am Ende meines Lateins. Ich habe mehr Kraft, als ich brauche, um ihn zu vernichten.